Ich hätte es nicht für möglich gehalten, Leute, aber ich wurde tatsächlich abgezogen, abgezogen. Meine Lieben und schön, dass ihr euch da seid zum neuen Döner-Video. Es wird massivst Döner gecheckt, aber bevor es losgeht, eine schockierende Nachricht. Ich sage nur eins, Luxus-Upgrade für das Hotelzimmer. Trotzdem gespart, 55 Euro genommen und dann musste ich erstmal eben 25 Euro für die Nacht parken. Im Parkhaus zahlen, zieht euch das rein. 1000 Schlecken auf dem Boden. 26 Quadratmeter Zimmer sollte ich bekommen. Zieht euch das rein. Ich messe das Zimmer mit meiner Körpergröße. Guckt da rüber, das sind niemals 26 Quadratmeter. Um das aufzukriegen, ich will mich nicht aufregen. Aber da musst du studiert haben. Die Lampe kriegst du nicht aus, du musst studiert haben. Es ist für mich eindeutige Sachlage. Das Leonardo Hotel hat mich abgefuckt. Ich finde, wir sollten als Community geschlossen dagegen vorgehen. Puh, da muss ich erstmal durchatmen. Also wir sind am Start. Massiv's Babas Döner. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen die paar Tage vorher. Hier war alles voll, die ganze Straße. Er hat auch für einen Cent gemacht den Döner, soweit ich weiß. Aber egal, wir sind jetzt am Start. Da ist er. Babas Döner. Made in Berlin bei Massiv. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was der Döner so macht. Also ich habe hier schon mal einen Ehrenmann am Start. Sully, sag mal, was erwartet mich bei euch? Bei uns erwartet dich eine Berliner Essenskulinarische Essenskultur, die hier schon Döner genannt wird, sondern Babas Döner. Willkommen. Also, so wie ich auch gehört habe, es gibt einen Döner Berliner Art. So wie man in Berlin isst, nur halt in Frankfurt hier. Und ich habe das letzte Mal vor 20 Jahren Berliner Döner gegessen. Also, da war ich noch ein ganz kleiner Junge. Bin gespannt, Leute. Bin gespannt. Ich bin ja Deutschland bester Dönersuch, ja, ne? Ja. Und würdest du sagen, so habt ihr Potenzial? Ja, auf jeden Fall. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin so weit, Österreich, Deutschland, weit oben. Top, ganz oben. Ich bin gespannt. Ihr seht richtig dick Salat. Also, so eine dicke Ladung hast du nur, wenn du eine gute Kundschaft hast. Das heißt, es ist ordentlich Umsatz, ordentlich durchlauft. Sein krassen Döner braucht es auch in Berlin. 100%ig. Buchst du da auch. Es ist Berliner Döner, aber das Geschmack muss auch noch umwander. Aber in Köln, Düsseldorf, wie kommt. Babas Döner. Überall in Deutschland. Ja, also, dicke Ansage, ich bin gespannt, ob du wahre Worte sprichst. Rolle, wir haben. So. Veröffnung. 1600 Döner rausgegeben. Ja. Insgesamt 200 Kilo Spiezen pro Seite. Also haben wir in den zwei Tagen 800 Kilo Fleisch rausgegeben. Was wir auch feiern, dass ich das richtig mit Messer noch. Ihr macht richtig nur mit Messer, schneidet die Apfel. Original Döner schneidet man mit Messer. Es gibt nochmal so das Kulinarische mit, ne? Ja, und die Fleisch dicke. Sag mal, was habt ihr für Soßen hier? Wir haben hier einmal Schaf. Das ist jetzt kein gewöhnliches Schaf, sondern das ist eine Geheimdienstruktur von unserem Laden. Beziehungsweise Kette. Wir machen Franchise. Einmal haben wir noch Kräuter. Einmal mit Knoblauch. Alle Richtungen. Süß, sauer, scharren, würzig. Wirklich, muss man einfach probieren. Wie entzüchten wir denn? Eine Soße, mehrere Soßen, was sagst du? Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, original Berliner Döner. Einmal allen Soßen. Wir schmieren auch die Soßen nicht aufs Fleisch, sondern aufs Brot. Ansonsten ist das hier auch nicht nur jetzt, sag ich mal, normales Gemüse, was geschnippelt wird und hingelegt wird. Sondern wir haben es speziell bearbeitet. Jetzt denken sich viele, hä, bei Gemüse kann man es doch nicht falsch machen. Ja. Stimmt auch, aber wir haben es nicht falsch gemacht, wir haben es verbessert. Ihr habt so ein bisschen special, meinst du crazy hast du gesagt. Was ist crazy? Ja, weil, guck mal, anders behandelt wird das Gemüse, Geheimrezeption, plus Fleisch, was ihr selbst aus Eigenproduktion herstellt. Das stellt ihr selber ja alles. Genau, das ist nur speziell bei uns. Das hört sich ein bisschen crazy an, deswegen sag ich so, lass doch mal einen Döner probieren. Ganz teile Werbeunterbrechung, ZEGPLUS ist auch mit am Start, unterstützt dementsprechend das Video mit den zweieinhalb Kilo Paketen, also ihr seht das Riesen-Oschi, also Eiweiß, gibt es bei ZEGPLUS nicht nur ein Kilogramm, sondern zweieinhalb für die, die sehr viel trainieren, aber wie ich finde auch für die, die sich schwer überwinden können. Denn, also ich kenne das von mir, ich gucke meine Supplements da an, ich muss trainieren. Wenn man so einen dicken Oschi hier stehen hat, will man ihr natürlich nicht irgendwie, ähm, keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Das heißt, gönnt euch, ich schreibe es in die Videobeschreibung. Und jetzt geht es weiter im Video. Ein hauchdünner Fleisch, Leute, das ist ein Gedicht, sag ich, Leute. Welche Soße magst du denn haben? Alle Soßen. Also da gibt es wirklich alles. Perfekt. Kannst du direkt auf die Hand gleich geben? Na. Sieht schon mal. Also jeder kennt das, ist ja eher so, sag ich mal, das auch gewollt, weil es Berliner Style ist. Eher so dieser Hackfleisch-Dünner, aber es soll ja so. Sie machen es selber. Hauchdünn die Scheiben. Also wenn man Hackfleisch-Dünner ist, und ich kenne Hackfleisch-Dünner von Frühjahrsburg-Zudicht, da gab es nur Hackfleisch-Dünner. Ich habe ihn geliebt, ich liebe ihn irgendwo immer noch. Und das wird massiv beweisen müssen, was er drauf hat. Da ist das Fleisch so probiert, das muss natürlich immer ein Kenner. Mach das gerne mal, gut und gerne. Fleisch erst mal vorkosten. Also man merkt erst mal, was der Asphan gesagt hat eben. Das war übrigens Asphan. Diese spezielle Bearbeitung des Gemüses. Es schlägt direkt in den Gaumen rein. Hat eben das Wort erst giftig im Mund. Das ist aber das Falsche, weil das würde negativ klingen. Du hast direkt das halt so dies eingelegt, die Gemüse. Das kommt dir direkt präsent, präsent in your face. Diese Säure ist gut, lieber Massi. Da kommt irgendwas, ich kann es nicht genau deuten. So ein Schwung von Gewürzen. Ich glaube, es ist ein Fleisch oder die Soße. Oder eine Soße, die unten durchkommt. Und ihr wisst, keine Vorschuss so wären für große Namen. Ich war bei IKATAR, wisst ihr auch, genau das Gleiche. Habe ich leider keine gute Bewertung gegeben. Deshalb guckt euch das Video an. Ich labere hier nicht, weil ich irgendwie mit Leuten rede, irgendeinen Scheiß. Die Geschmacksexplosion kommt. Die Geschmacksexplosion ist da. Pass auf, Leute. Also pass auf, Leute. Tatsächlich kurze, knackige Zusammenfassung. Es muss nicht immer drei Stunden dauern, die Zusammenfassung, weil es ist kurz und knackig und es bringt es auf den Punkt. Geile Säure von Gemüse. Speziell. Kriegst du nirgendwo anders. Habe ich so noch nirgendwo anders gegessen. Direkt in deine Fresse. Dann. Die Geschmacksexplosion durch die Soßen ist da, wie er gesagt hat, das Fleisch am Ende mit der Soße am Schluss. Es ist so, wie wir alle den Döner lieben. Der Döner von mir kriegt 8,8 Punkte. Er ist wirklich ein heftiger Döner. Muss ich sagen. Es lohnt sich, zu diesem Döner zu fahren. Es zählt für mich zu den Dönern, die ein besonderer Döner sind. Ab diesem Döner, dieser Qualität, gilt nur noch Geschmackssache. Der eine bewertet den als besten Deutschlands, der als Ding bei der besten Stadt. Aber das ist ein Döner, der ist heftig. Und da ist einfach meine eigene Befindung. 8,8 Deutschland Ranking hier nochmal eingeblendet. Aber es ist ein kranker Döner. Und ich kann jedem empfehlen, den zu testen. Also lieber Aspan, erstmal die Faust von mir. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Ich sagte meine Worte nochmal ganz kurz für dich in die Kamera. Und ich sagte, ich war bei Katar. Ich habe ihn leider nicht gut bewertet. Und nicht, wie das ein großes Namen, Brüder Noten gibt. Ich bin knallhart, aber ich sage dir kurze Worte. Geile Säure vom Gemüse. Kommt dir direkt ins Gedicht. Explosion durch die Soße. Geiles Fleisch am Ende mit der Soße. Habe ich dir eine 8,8 von 10 gegeben. Wirklich? Ja, ja. Meine Bewertung war so, ab dieser Qualität des Döners. Es ist nur noch eine Schmackssache. Der eine mag es so, der andere mag es so. Der eine sagt, dieser ist der beste Deutschlands. Der andere sagt der nächste. Da ist einfach nur noch individuell. Schmecker sind verschieden. Und jeder entscheidet, ob er es ein bisschen säuerlicher mag, süßer mag, schärfer mag. Genau. Oder unterscheiden sich die ganzen Sachen. Das Fleisch oder das Fleisch. Genau. Aber von der Qualität her, habe ich wirklich versucht, das Maximum mit allem rauszuholen. Das Brot, die warten jeden Tag, jeden Tag nach Berlin. Wir haben einen der Fahrer, der verdient, der verdient, der holt das Brot aus Berlin, der holt das Gemüse aus Berlin. Was auch selber das Brot, ne? Das lassen wir machen für eine Großproduktion. Gemüse kommt extra aus Berlin. Jeden Tag, gleich und kommt alle zwei bis drei Tage. Weil wir haben einen bestimmten Vorrat für meinen Zütturm. Geil. Ich habe eben schon zu einem Kollegen gesagt, ein bisschen was heftig zu werden, wenn ihr einen Buchsehuder in Döner aufmacht würdet. Ja? Das ist in der Nähe, Hamburg, ne? Hamburg ist in der Nähe, ja. Ich kann dir versprechen, Hamburg wird auch immer mal in Dönerhaus. Geil. Gibst du die Faust da raus? Sehr, sehr gerne. Ich sagte in diesem Sinne, danke fürs Video gucken. Lass gerne einen Kommentar nochmal da. Jetzt. Da oben, fahrt zu massiv hier Dönerpresses. Kommt gerne in dieser Tätchenengelabung oder sowieso. Das ist dein Haus für immer. Jedes Dank. Geil, Mann. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Ich stelle das Feld hier vorne auf. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute.